Das war wirklich sehr knapp. Zurück zum Gefängnis, Irwin Kineas! Befehl von deinem Vater, wir fahren nach Dellings City. Autsch, was soll das? Wir müssen den anderen helfen. Die kommen schon klar. Wenn es brenzlig wird, werden sie schon fliehen. Woher wirst du das wissen? Nick sagt bestimmt, wir haben unsere Befehle und wird dort ewig bleiben. Das kann ich nicht zulassen, deswegen müssen wir sie rausholen. Wenn es sein muss, mit Gewalt. Aua! Aua! Schon gut, ist ja schon gut. Der Ring von Mick? Nö, ich weiß nicht, wo er den her hat. Ich will den gleichen haben. Der sieht wirklich gut aus. Der mit irgendeinem Monster drauf, oder? Genau! Ich werde dir den machen, ich habe Übung darin. Wirklich? Juhu! Ich frage mal Mick, ob er mir den leiht. Nein, bitte nicht. Warum nicht? Es ist mir etwas peinlich. Hä? Aha! Nein, nein, nein. Es ist nicht so. Nein, Elion, das war zu weit zurück. Tut mir leid, Mick. Ich werde es nochmal versuchen. Wo bin ich? Das war damals. Ich war neu. Das ist nicht Renoir, mein treuer Ritter, Seifer. Die Hexe lebt. Die Hexe befiehlt dir. Artemisia? Ist die Hexe aus der Zukunft in Renoir? Ist sie von Edea übergewechselt? Wo ist Renoir? Suche die sagenhafte Lunatic Pandora, die in den Tiefen des Ozeans schlummert. Die Hexe wird dich danach in das Reich der Träume führen. Renoir, wo bist du? Antworte mir! Wie sie befehlen, ehrwürdige Artemisia. Mick, ich habe Angst. Renoir! Wer ist da? Verschwinde! Renoir! Elyon? Elyon? Weißt du nun, was mit Renoir passiert ist? Hast du die Vergangenheit abgewendet? Nein. Was soll ich nur machen? Das war derselbe Ausdruck wie damals, als du noch klein warst. Wie ein kleines Baby. So hilflos. Und süß. Ich erinnere mich nicht. Ist schon gut. Wichtig ist nur die Gegenwart. Ich habe es endlich begriffen. Du meinst, mir bleibt nur die Möglichkeit, sie in der Gegenwart zu retten, oder? Geh zu Renoir. Eure Gedanken sind eins. Bereit, Mick, in die Vergangenheit, die der Zukunft am nächsten ist. Lebenserhaltungssystem noch 15 Sekunden. Ob ich das überlebe? Wie eigentlich? Ich kann nichts machen. Ich werde da hingetrieben. Ich werde da hingetrieben. Allein bin ich so hilflos. Noch 0 Sekunden. Überlebe ich? Überlebe ich's nicht? Ich... Überlebe ich's nicht? Ich... 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 Kann nichts... Machen... Lebenserhaltungssystem außer Betrieb. Ich kann nicht... Ich kann nicht... Ich kann... Nicht aufgeben. Ich werde im All dahin treiben. Nein, Renoir. Nein, Renoir. Musik Rinoa, denk nach Du musst nachdenken Musik 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 Ich kann weiterleben. Ich kann weiterleben. Ich kann weiterleben. Ich gehe zu Renoir. Du hast mich gar nicht gebraucht. Danke, Schwesterherz. Du bist raus? Halt! Wie willst du zurückkommen? Treibstoff und Sauerstoff werden im Nu aufgebraucht sein. Ihr werdet beide da draußen krepieren! Du bist raus? Du bist raus? Du bist raus? Du bist raus? Ich muss sie von vorne erwischen. Ja, das ist ziemlich mittig, oder? Also, falls es nicht ganz klar ist, ich muss mit dem Controller jetzt die Richtung leicht verändern, sodass Renoir immer in der Mitte bleibt, dass ich also genau auf sie zufliege und nicht an ihr vorbei. Und die Richtung drückt auch so ein bisschen dagegen, deswegen muss ich ständig nachkorrigieren. Aber das sieht gut aus. Aber das sieht gut aus. Jetzt sicherheit zur Zeit, sch Да附�rn. Ich spüre mich nicht an, das ist schon gerecht. Ich gehe nach vorne. Ich schätze mal, dass ich nicht ganz genau aus. Und da bist du in der Richtung. Ich gehe nicht ab, wenn du siehst, oder wie siehst. Ganz aus. Ich gehe nicht ab, wenn du siehst. Ich nehme eine Abmeldung. Ich gehe nicht ab, wenn du siehst. Du bist nicht geboren. Du bist ja nicht unglaublich. Wenn du es hier bist, Du bist das noch nicht besagt. Danke, Mick. Mick, ich habe deine Stimme gehört. Sag jetzt nichts. Ob wir gerettet werden? Ich werde dich retten. Kein Treibstoff. Fast kein Sauerstoff. Werden wir wirklich dahin treiben? Oder in der Atmosphäre verdunsten? Kann ich den Renoir retten? Renoir halte ich fest. Ja, bitte. Ja, bitte. Esther steht drauf. Esther steht drauf. Esther steht drauf.